Leg Gucken Frau und tanz für mich. Geil, da haben wir! Das war ein Lebkuchen-Roller. Geil. Das macht sie bei dir, aber sie will dich anmachen. Mit meinem Schoß tanzen. Oh, das sieht nach unserem Berge aus hier. Nee, hier, Nitas. Wo ist er hier? Scheiße, ich hab glaub ich nicht meinte. Äh, ich mach das Arcus. Ich hätte ja nicht gedacht, dass da auch gleich einer unten ist, Alter. Ja. Ach, ich hab doch nicht gesehen, oder? Das muss reißen. Mhm. Ja. Ja. Salbenpistola. Das muss reißen. Das ist der Ausgangspunkt. Ja, kann man ansetzen. Na, aber 21 Schuss ist nicht so in der Welt. Kann man ja rüber? Mhm. Bin lebend, wahrscheinlich. Sieht nicht so gut aus. Nee. Aber hier hinten? Ja, geht's. Da kommst du gut rum. Ich bin lebend, wahrscheinlich. Ja. Ach, easy. Super Padkri, Alter. Hm. Haares Ketten. Pferde und sein Fänzchen vollführt, Alter. Ach, müssen wir los machen, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Geschafft. Oh. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Wo ist Arches? Dann... Boah, weder noch. Ja kein, da kommt er, oder ne? Einen nur Birnen-Salat Auch hier oben ist er Ich habe ihn besiegt Ich war ja auch in der Tonne Ich war ja auch in der Tonne Ich war ja auch in der Tonne Ich bin nicht da Hier hast du noch einen blauen Hier hast du noch einen blauen Wenn du möchtest Ja, die ist besser Die nehmen wir doch mit So, ich brauche Munition Sollen sie sich doch finden lassen, ja Naja, bitte haben wir es doch abgehakt So, was müssen wir jetzt machen? Ich benutze ein Wahrsagerbecken Ja, das muss doch bestimmt ja auch eins geben Und da oben an dem An dem Dämpel von Zeus Gab es doch Ja, das stimmt Der Motorrad, ja Motorrad? Der Motorrad? Ja, das stimmt 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 Das stimmt hier ist noch einer also was haben wir jetzt hier gemacht so ich habe das abgehakt das waren alle hier oben musst du da auch noch hin und auch hier machen steht ja rechts unter einer mini map also ich habe nicht ein kratzer abgekriegt war gut das ding wenn sie sich anders kapiert nicht mal meine medizin also nicht direkt hier hat dann doch noch nicht wo ist die waffen aufgebildet das geht ja bei uns er wollte sich mit den getten tot schlagen die rummel ist gut hier mit dem klinik drauf hat gut zurecht muss sagen bereist auch nicht doll einfach drauf halten bis weg platzen sehen wir noch 30 mann hier oben zeigt 109 meter da fährt aber noch einer hin außer uns legen wir oben hat ein auto gesehen hier oh nein er hat mich um jawoll dieses dummes wein meine wasser waren nämlich alle die mich da einfach hoch zieh mich doch einfach hoch oh alter gut ja da ist noch einer das gut ist noch mal ich kann nämlich erstmal heilen hier haben wir das gold ein jetzt haben wir eine extra wurst mitgewehr was mitgewehr hatte nie gehabt was ist das hier ist sonne was ist das so ein trommelgewehr ja das habe ich auch gerade ja so eine ahnung was macht aus dem gangster film ja es ist ja genau komm jetzt nicht drauf ja aber für ihn ist das ja fliege her mitgenommen wie schießen die ich habe eine legendäre anderen spasten dabei sollen sich andere um die kümmer oder wenn wir was man das auto steht hier mit dem berg hoch wenn in gefahr rutscht man im berg runter und fahr mit dem auto weg was was war der unten haben sie uns die karte verschossen und sind selber draufgegangen hält weiter anstürmen aber ihr begleiter ist weg das war's freunde hast du noch gemacht den anderen sie wollten uns naja episches hat er schon gehabt naja unser auto haben sie auch kaputt geschossen reifen wir haben ganz gelassen wahrscheinlich das stand hier wo der schwarze fleck ist war aber ein hundleiner ja schön irgendwie in die pampa naja wo ich markiert habe ist doch gar nicht glaube ich so übel neun mann nein auch mal gedreht geil auch stimmt schwimmen geil bleiben wir hier und wir haben 14 kills gemacht ist jetzt auch geil ordentlich hier acab hier ist dass schade dass man das auto nicht reparieren kann das stimmt acht man noch die stelle dann passt das antwort nehmen zur not ja aber das haben wir gerade schon vollgetankt das stimmt zur not stehen ja immer noch welche rum ist auch ein geiles auto ja gut ist doch geil aus der berg da drüben ist glaube ich noch was auch ein bisschen hören jeder meter zählt ja das auch mehr an der zone muss aufpassen wegen der links oben nicht dass wir uns von der insel runter abschießen geht ja schon weiter die zone ist schon wieder weiter das sind dort positionier das knallt ja und dauernd das auto stecken weg im grünen zeug das sind wir doch schon an unserem zielpunkt angekommen und wir kommen was wir flogen wärst du springen nein nein ich hab mich getroffen nein was so warte wo kam der zweite her da kam noch geflogen genau so schnell wie der mit dem auto ach geflogen na da kam noch geflogen an mir vorbei die plunde Mist da war ich jetzt überfordert ich hätte ihn der vorbeigeflogen selbst erschießen sollen statt hinterher springen naja up 火 꽃 die 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017